Hallo, mein Name ist Maximilian Heimann und ich begrüße Sie herzlich auf der Klassenfahrt 2008 der Klasse 10 B. Wie ihr seht, herrscht an Bord eine Bombenstimmung. Wir befinden uns circa Vellburg, frag mich nicht wo das ist, fahren noch drei Stunden Richtung Thüringer Wald. Carlo, was hast du dir für die Klassenfahrt 2008 vorgenommen? Bitte, das ist so geil. Alkohol, Drogen, anything else, things like this. Na gut, wir verschieben das Interview auf später. Lass mal weitergehen zu meinem Freund Stromberg. Erkner? Ja, Kinder, sag doch mal, hier ist das Vögelchen. Ja, Kinder, es ist ja jetzt hier auch Quatsch, ich bin der Papi hier, ja, läuft alles an, ne? Oh, ich bin der Papi hier. Ich bin der Papi hier auf der Tatgen!